Limm 69, jetzt ist Schluss mit Lustig. Lässt du mich jetzt zu eurem Anführer, Grog? Du hast schon viel für Geldern getan. Du darfst zu ihm. Okay, speichern. Und wir müssen noch zwei Alchemisten-Ränge klauen. Aber ich meine, die gibt es doch eigentlich alle hier draußen. Halt! Keinen Schritt weiter! Lass mich vorbei! Du kannst reingehen. Das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen überflüssig. Oh, hier gibt es noch eine Masthaltruhe. Oh, hier würde man so gerne noch plündern gehen. Orkische Eroberer, Elite-Krieger. Hi Leute, hier ist ein Pult. Uninteressant. Oh. Hier sind wir im Innern der Festung. Aha, man hätte auch von hier sich reinschleichen können. Rein theoretisch. Gut, aber da würde man sicherlich von den Orks aufgehalten werden. Beziehungsweise angegriffen werden. Nicht angegreifen werden. Angegriffen werden. Angegriffen werden. Und das wäre, glaube ich, nicht ganz so toll. Oh, hier ist ein Waffenbündel. Das scheint nicht mehr irgendwo so mitnehmen zu dürfen. Zack. Mächtiger Krieger. Ein Holzfäller-Axt. Schamane. Schamanischer Bewahrer. Weg nicht den Schläfer, lass mich in Ruhe. Weg nicht den Schläfer, der ist gut. Hier steht was über Alchemie. Jawoll. Wer sagt denn, dass man sich... Lass mich in Ruhe. Wer sagt denn, dass man sich was skillen muss? Wieviel brauchen wir für die... Oh, ich will schon gerade K aufrufen. Nein, es ist C. Für die größte... Für das größte... Das können wir lernen. 60. 20, 40. 20, 40. 60. Wir brauchen nur 60 Alchemie. Und Enos sprach zu seinen Dienern. Errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten, wie ihn geheißen ward. Errichtet mir ein Portal? Hier steht nichts Neues. Idiot. Ich darf nicht zu nah an Grog vorbeilaufen, ansonsten spricht er mich mit Sicherheit an. Hier steht was über Alchemie. Jawoll. Komm. Jetzt noch einmal Alchemie, bitte. Als er bei Belia sah, was die Diener Enos taten, schrie er vor Zorn. Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde. Und andere große Wesen mit ihm. Aber welches Wesen ist das? Okay, jetzt wollen wir dann nur mit Grog sprechen. Sag was du willst. Und dann geh wieder. Ich habe wenig Zeit. Wie laufen die Ausgrabungen? Bist du gekommen, mich zu verhöhnen, Mora? Du siehst auch selbst, wie beschwerlich unsere Ausgrabungen vorangehen. Alle Orks des Landes sind auf der Suche nach den göttlichen Artefakten. Wir heben Unmengen von Unrat aus den Stollen der umliegenden Gebiete. Aber wenig davon scheint von höheren Wert zu sein, als das, was man auf den Märkten dafür bekommt. Bringen wir... Oben besser schützen Stabkampf und bla bla bla. Hast du was für mich zu tun? Ja. Ich hätte da etwas für dich. Es wurde uns berichtet, dass sich in den umliegenden Gebieten Druiden breitgemacht haben. Sogar der mächtigste der Druiden soll dabei sein. Sein Name ist Runak. Ich muss mehr über die Druiden erfahren. Ich habe schon Suchtrupps losgeschickt, um sie zu finden. Okay. Wohin hast du deine Suchtrupps geschickt? Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Bolog ist der Anführer des Suchtrupps im Norden. Doch es ist schon einige Zeit her, dass er sich gemeldet hat. Geh und sieh nach, was die da treiben. Aber beeil dich damit. Ich hasse es zu warten. Klar? Okay. Was genau wollt ihr von den Druiden? Die speziellen Fähigkeiten der Druiden sind für uns noch ein ungeklärtes Mysterium. Wir wissen nur, dass sie sich dem Studium verschiedener Tierarten verschrieben haben. Von diesem Wissen beziehen sie ihre Macht und Kampfkraft. Wir müssen unbedingt mehr darüber in Erfahrung bringen, um ihre Kampfkraft besser einschätzen zu können. Was weißt du über Xardas? Xardas? Ich sage dir mal was über Xardas. Während er in seinem Turm in Noctmar sitzt und gemütlich seinen Hintern am Kaminfeuer wärmt. Stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Morra! Okay. Die Feuermagier suchen nach alten Artefakten, die sich Feuerkelche nennen. Davon habe ich schon gehört. Ich will hoffen, dass sie noch nicht alle gefunden haben. Mir wär wohler. Sie befänden sich in unserem Besitz. Also, du weißt, was du zu tun hast. Geh und suche alle Feuerkelche und dann bring sie mir. Bevor die Feuermagier sie in die Finger kriegen. Klar? Klar. Das wäre auf jeden Fall einfacher, als die ganze Nordmar zu bringen. Gunok und sein Druidensuchttrupp haben scheinbar nie die Stadt verlassen. Was sagst du da? Gunok ist immer noch hier? Ja. Gunok wird seine gerechte Strafe erhalten. Hier, nimm! Ah, danke. Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Das ist kein Geheimnis, Morra. Jeder Tempel des alten Volkes wird von uns durchsucht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann sieh dir diese Karte an. Wir folgen allen noch so kleinen Hinweisen aus alten Schriften und Legenden. Haben die Ork-Ausgrabungen erhalten. Super. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Die Bedeutung der göttlichen Artefakte blieb uns Schamanen bisher verborgen. Der einzige, der mehr darüber zu wissen scheint, ist Xardas selbst. Das heißt, wir müssen ihn fragen. Okay, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Wir wollen uns deswegen einfach mal hierhin stellen, über die Stadt herrschen. Und dann bis... Jetzt fährt da noch irgendein scheiß Fahrzeug. Okay. Und bis zur nächsten Aufnahme. Und schauen, was sich da so ergibt. Vielleicht gehen wir nach Benerei. Vielleicht gehen wir nach Silden. Vielleicht suchen wir auch den Druiden-Trupp. Mal sehen, was dann noch so alles kommt. Also wir haben ja viele, viele Möglichkeiten. Bis dahin. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ja, komm, hey Nimrok, was geht ab? Ja, ich hab mir was ganz besonderes überlegt, denn wir gehen jetzt wieder in die Wüste. Und vorher gehen wir vielleicht noch irgendwo anders hin. Also, ich weiß nicht. Gucken wir mal in Redok vorbei. Redok, Redok, Redok. Redok dürfte das sein. Ja. Redok, Redok, Redok. Teleport! Es scheint doch gerade Tag zu werden. Ich meine, wir haben ja jetzt... Wie heißt der? Geldern. So gut wie abgeschlossen. Wenn man es dann abschließen kann. Aber ich meine, wir haben jetzt die 75 Ruf. Wir haben mit dem Kerl geredet und sowas. Ich denke mal, wir haben eigentlich so gut wie alles da gemacht. Und dann können wir uns doch besser jetzt einfach nochmal so ganz zufälligerweise nach Redok begeben, mit Gelfort reden. Ich habe schlechte Nachricht über Peer. Er ist wirklich ein Dieb geworden und ist nicht gut auf dich zu sprechen. Hoffentlich hattest du keinen Ärger mit ihm. Der interessiert sich nur für Gold. Übrigens schuldest du ihm noch welches. Was erzählst du da? 300 Goldstücke, um genau zu sein. Anscheinend hatte er dir mal welches geliehen. Hm, ja, das ist schon eine Weile her. Wo ist Peer denn jetzt? Er war in der Nähe von Trelis. Hat sich als Schweinehirte verkleidet. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass es ihm ein Dieb geworden ist, oder dass er nun scheiße schaufelt. Dann versuche ich zumindest meine Schuld bei ihm zu begleichen. Vielleicht habe ich ihn damals falsch eingeschätzt. Hier, nimm das Gold und gib es ihm, wenn du ihn irgendwann wieder siehst. In Ordnung. Okay. Mason hat sie wirklich nicht mehr alle. Du hast ihn gefunden? Ja. Und es waren bestimmt drei Ogre. Was für Ogre? Vergiss es. Er hat viel mitgemacht. Aber es ist gut, dass er noch lebt. Auch wenn er nicht ganz richtig im Kopf ist. Momentan lebt er noch. Was soll das heißen? Sein Rebellentrupp plant einen Angriff auf die Stadt Montera. Auf die Kühe der Söldner hat er es auch abgesehen. Er ist so gut wie tot. Er hat sie wirklich nicht mehr alle. Hoffentlich kommt es nicht so weit. Tja. Achja. Ha. Die Orgpatrouille vom Bauernhof ist tot. Innos sei Dank. Dieser Trupp hat mir ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Wie du das angestellt hast, will ich gar nicht wissen. Trotzdem. Gut gemacht. Hier hast du einen Anteil von unserem Goldfremder. Yay. Aufzeichnung Teil 2 erhalten. Die wandernde Orgpatrouille ist zerschlagen. Aha. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Aufzeichnung Teil 1. Sie gucken uns dann gleich mal an. Sag mir deine Ware. Du hast keine tolle Rüstung vor uns. Okay. Die Aufzeichnung. Gucken wir mal. Warte. Ich möchte einmal kurz nachschauen, was denn da so alles Tolles drinsteht. Über Orks. Okay. Das sparen wir uns dann auf, wenn wir irgendwann gegen die Orks ziehen. Jetzt, wenn wir in die Wüste gehen, bringt das persönlich... Also, weiß ich nicht. Ist das sicherlich nicht so interessant. Oh Gott. Bevor er es gleich wieder laggt. Obwohl... Hm. Unwahrscheinlich, dass es wieder laggt. Egal. Springen wir einfach mal runter. Waaay! Das hat doch kaum Schaden gemacht. Hey Javier. Hey Copper. Achso Copper kann ich auch noch mitnehmen. Neuling und erfahrender Rebell. Ich suche eigentlich Cliff den Schmied. Heißt du Cliff? Ich glaube schon. Okay. Hier ist ein Schleifstein. Nein. Aber ich glaube wir haben ja, wir haben unsere beiden später schon geschliffen. Was zum Teufel? Hi Norris. Was willst du? Hier sind fünf Waffenbündel. Sehr gut. Das wird helfen. Hier hast du etwas Gold für deine Mühen. Juhu. Juhu. Einfach nur mal so. Ähm. Ja. Wieso haben wir keine hundert Rufen, Reddock? Au. Ja. Gut. Wir hätten auch vielleicht nochmal das andere Ding platt machen müssen. Hier. Wie heißt es denn? Ach da ist der Schmied. Hey Schmied. Zeig mir deine Ware. Na, hast du auch nicht. Schade. Ich suche nämlich gerade noch nach einer neuen Rüstung und ihr könnt euch mit Sicherheit schon denken welche das ist. Naja, da werden wir wohl ein paar Leute abklappern müssen. Also gehen wir mal nach Kap Du, denn ich würde gerne mal wirklich was anderes als diese Assassinenrüstung tragen. Aber ich meine wir kommen ja schnell hin und her und es gibt auch nicht so viele Händler. So. Dann müssen wir jetzt hier zu unserem guten Freund Deckard. Hallo Bufford. Oh ne, du kannst auch nichts mehr beibringen. Wie viele Lernpunkte haben wir? 75. Da könnten wir rein theoretisch uns ja ein bisschen Stärkung und Geschicklichkeit und sowas holen. Aber nur rein theoretisch. Deckard, zeig mir deine Ware. Mach du mal. Okay, hat er auch nicht. Und du? Hast du auch nicht. Ach, wo war denn das, wo war denn das? In Montera oder war das generell nicht in der Stadt, sondern vielleicht bei dem... Das kann doch auch sein. Sonst gucken wir gleich... Jetzt gehen wir gleich nochmal nach Adea, wenn wir da gleich bei der Ur... Oder... Ne, Urkras heißt... Oh Gott, ich glaube mir ist das Spiel abgeschmiert, oder? Ist es? Ist es das? Ha? Kann eigentlich nicht sein. Ne, ist es nicht. Das Laden hat nur ziemlich lange gedauert. So, hi Marek. Hast du uns irgendwas zu sagen? Nö, du kannst uns nur wieder was im Kampf beibringen. Hast du die vielleicht? Die Rüstung? Da muss man haben. Hm. Wie? Sag! So. Zei... Nein, hast du nicht. Torex Mora Rüstung. Schutz 45, 70, 65. Wie viel hat eigentlich unsere... Rüstung? Die hat... 25, 30... Die klingt eigentlich gar nicht schlecht. Aber gut, 40.000 für den Plan. Aber einfach nur weil wir... Ne, nicht weil wir es nicht können. Wir gucken da tatsächlich erstmal nach der anderen Rüstung, die nicht ganz so teuer war. Und dafür gehen wir nach... Zurück nach Adea. Paladin-Schild. Ich glaube, wir holen uns wirklich nochmal ein bisschen Stärke. Warte, ich muss auch noch ganz kurz das Stärke-Amulett ablegen. So, Jagdgeschick können wir auch noch einmal ablegen. Aber okay. Marek. Nur weiter so. 71. Gut. 76. Nur weiter so. 81. Gut so. 86. 91. Nur weiter so. 96. Nur weiter so. 201. Ich will ein Schwertmeister werden. Behalte deinen Gegner ständig im Auge. Einige Schläge lassen sich blocken. Andere nicht. Erkenne den Unterschied. Dann kannst du den Schlägen ausweichen. Oder deinem Gegner sogar zuvorkommen. Jawohl. So, große Waffen. Starker Kämpfer mit großen Waffen. Warum eigentlich nicht? Zeige mir den Umgang mit der Streitaxt. Pack die Axt fest mit beiden Händen und achte darauf, dass du einen sicheren Stand hast. Ein paar kräftige Schläge. Immer auf den Körper. Sollten reichen, um jeden Gegner umzuhauen. Tja, das vertiefen wir doch gleich mal. Ich will ein starker Axtkämpfer werden. Die Axt ist eine gute Waffe, um durch Rüstungen zu brechen. Du kannst viel Schaden machen und deine Gegner zu Boden werfen. Jawohl. So, 25 Lernpunkte haben wir noch. Wie viel Gold haben wir noch? Da haben wir ja gerade einiges weggehauen. 7000, okay. Würdest... Zeige mir den Umgang mit der schweren Armbrust. Fasse die Armbrust am Schaft an. Um ruhig zielen zu können, drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Das ist alles. Ja, das liegt eben an dem Rückstoß. Ich will die schwere Armbrust effektiver nutzen. Lerne die Geschwindigkeit von beweglichen Zielen einzuschätzen. Schieß in die Laufbahn des Zieles. Dann wirst du es treffen und es dadurch auch in deiner Bewegung aufhalten. Wenn du mehrere Ziele hast, dann verschwende keine Zeit. Sondern nagel alle Ziele mit gezielten Schüssen fest. Und strecke sie abwechselnd nieder. Okay. Du hast nicht genug Gold dabei. Können wir das denn überhaupt lernen? Armbrust 3? Doch, 200. Ja, dann wollen wir das doch direkt mal lernen. Torek! Du hast genug Gold dabei. Okay. Okay. So, dann kriegst du mal die beiden davon. Normaler Schwert. Abgenutzter Schwert. Nehmen wir noch die Sachen hier. Die 10 Knüppel. Kompositbogen kann auch weg. Die 10 Knüppel. Die 10 Knüppel. Die 10 Knüppel. Abgenutzter Jagdbogen. Abgenutzter Bogen. Kriegst du auch alles. Davon kriegst du auch noch 3. Kriegst du da noch was. Dann kriegst du die noch. Dann haben wir noch das hier für dich. 13 von denen. So, dann sind wir jetzt erstmal wieder unsere Waffen los geworden. Und dann kommen jetzt noch die Schilde. So, kriegst du die noch. Oh. 11.208 und 11.059. Ja, gut. Dann nehmen wir mal ein Schild weg und dann passt das. So, haben wir ihn mal um sein Gold erleichtert und schieben das Marik wieder in den Hals. Lehre mich ein Meister mit der Armbrust zu werden. Hör auf zu denken. Konzentriere dich nur auf eines. Deinen Gegner zu töten. Ein guter Schütze kann deine Feind mit einem einzigen Schuss töten. Nutze diesen Schuss. Du brauchst nur diesen einen. Yay. Wahrscheinlich heißt es, dass wir solche kritischen Trefferzonen haben, die dann ein bisschen größer werden. So, jetzt könnten wir rein theoretisch sogar die Söldner Armbrust tragen. Ich glaube, das tun wir auch. Ja, wo legen wir die uns denn jetzt hin? Auf 5. Die Bolzen legen wir uns auf 6. Und auf 7 kommt jetzt eine große Waffe. Was können wir denn da so tragen? Was nicht abgenutzt ist. Eine helle Bade. Super. 80 Schaden. Das ist ja gar nichts. Abgenutzten Zweihändler könnten wir... Quatsch, einen normalen Zweihändler könnten wir tragen. Aber da gucken wir doch lieber nochmal bei einem Waffenhändler. Wie zum Beispiel Urkras. Ach, der heißt doch nicht Urkras. Torek, oder nicht? Ja, Torek. Du hast doch sicherlich eine große Waffe. Ja, es ist ein Einhändler. Gut, wir haben dir die ganzen Waffen verkauft. Zweihändler. Könnten wir uns ja mal holen, hätten wir eine Waffe mit 95 Schaden. Klingt nicht schlecht. Ja, davon habe ich genug. Warte, so... Nein, ich will kein Gold zahlen. So, jetzt lasse ich mir mal in den Amboss ran. Ich hoffe mal, wir haben alle Zutaten für den Zweihänder. Ja, brauchen wir nur zweimal Rohstahl. Das Ding würde ich ja gerne mal machen. Aber dafür fehlt uns das Großschwerten. Und das Drafenherz. Eins. Ein Zweihänder hergestellt. Brand an den Schleifstein. Schade, dass man hier auch die Sachen nicht abkühlen kann oder sowas. Aber diesen erweiterten Schmiedeprozess, den hat man ja erst irgendwann später. So, und jetzt können wir noch eben den Zweihänder vergiften. Weil wir es können. Gift, 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 Gift. Gluck, 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 gluck. Ich mag dieses Geräusch. So, jetzt haben wir einen geschärften, selbst geschmiedeten und vergifteten Zweihänder, der keinerlei Wert besitzt. Aber okay, den packen wir uns auf 7. So. Das heißt, wir haben jetzt jegliche Arten des Kampfes schon fast gelernt. Es fehlt nur noch Regeneration, Paladin, Großwaffen 3, Meister der 2 Klinge und Org-Tüter. Ja, das ist toll. Aber... Okay, wir brauchen eigentlich immer noch... Ich wollte nach Adea gehen. Ich erinnere mich. Genau, da wollten wir nach was gucken. Nach dem Typen. Braga, Adea. Ich hätte vorher speichern sollen. Kann ich jetzt abbrechen? Nö, kann ich nicht. Egal. Das würde ich ja schon nicht abstürzen. Nein, wird es nicht. Speichern. Denn unser langer Teleport nach Braga wird wahrscheinlich länger dauern. Und ich hoffe mal, dass mir da das Spiel nicht abstürzt. Ich höre hier ein Wolf. Oh, da ist ein Wolf. Hallo, Wolfie. Oh, daneben. Mist, Vieh. Hat den Scavenger erlegt. Na ja, kann ja mal passieren. Ich denke mal jetzt, dass wir auch uns die Wölfe hier vornehmen könnten. Dieses Wolfsrudel, das da irgendwo existiert. Oh, hi, Scavenger. Ach komm, wir könnten ja rein theoretisch mal, weil wir es... Einfach weil wir es können, mit unseren Zweihänden da draufhauen. Oh, hi. Komm her. Aua. Ich mag das irgendwie. Da fällt mir ein, dass ich euch noch gar nicht gezeigt habe, was die ernsten Kampfmoves hier sind. Gut, dann schauen wir mal. Das ist der starke Angriff. Das ist der schnelle Angriff. Was haben wir denn hier noch so fein ist? Das haben wir parieren, ist ja klar. Und dann können wir da die linke Maustasse gedrückt halten, um den Schlag aufzuladen. Und dann so einen Überschlag zu hauen. Der vergiftet unseren Gegner übrigens auch. Dann können wir hier noch solche starken Schläge hinterherhauen. Und ihr seht, das kostet alles extrem viel Ausdauer. Und dann können wir das noch einmal ganz kurz drücken und dann dreht man sich so komisch. Und deswegen werden wir uns mit Sicherheit irgendwann auch nochmal Ausdauer hochskillen. Weil wir dafür unverstehend viele Lernpunkte ausgeben werden. 50 Ausdauer oder so. Ach Quatsch, 50 Lernpunkte wahrscheinlich, dass wir 100 Ausdauer kriegen. Klingt für mich gar nicht schlecht, denn man kann nie genug Ausdauer haben. Allein dadurch, dass dann das Sprinten angenehmer wird. So, wo sind wir denn hier? Hase, Schlange. Wir können ja mal... Obwohl, wir brauchen das nicht. Und der Bogen ist einfach immer noch schneller. Okay, wir müssen zur Seite... Oh, Hiwolf. Stirb. Oh, durch die Beine. So, jetzt haben wir das Rudeln mal ganz schnell... Oh, ein Kronenstöckel. Ein Kronenstöckel für uns und ein Hase. Ein Killerhase! Weg hier! So, wir wollten hier irgendwo in diese Richtung. Ja, ich bin natürlich wieder vollkommen falsch gelaufen. Kennt man ja, glaube ich, nicht anders. Und schauen, was der Kerl da oben denn noch so feines an Sachen zu verkaufen hat. Da ich ja persönlich nach einer ganz bestimmten Sache suche. Hey du, Chris! Zeig! Hast du auch nicht! Tja, scheiße, würde ich mal sagen. Könnten wir uns natürlich auch den langen Kampfbogen mal holen. Ich glaube, unser hat bisher 70 Schaden, oder? Ah, toll. Sehen wir hier nicht. Sehen wir nur hier. Ja, hier... 80 sogar. Okay, dann brauchen wir das auch nicht. Fällt mal, da könnten wir rein theoretisch ja mal eine andere Kette anlegen. Für ein paar mehr Lebenspunkte. Warte mal... Ah ja, genau, wir brauchen noch 150 Geschicklichkeit. Was fehlt uns eigentlich noch bei den Animal Trophys? Gar nichts. Wir bräuchten nur noch 200... Geschicklichkeit, dann können wir alles lernen. So, was haben wir denn hier noch so? Lebensenergie. Schatz vor Geschossenes ist nicht so das Problem. Maximale Ausdauer. So, holen wir uns mal diese Sachen. Glaubt mir, das wird uns irgendwann mal den Arsch retten. Aber okay, dann geht's jetzt mal nach Braga. Also, erstmal speichern. Da wir uns jetzt hier an sich ziemlich gut ausgerüstet haben... Braga, Braga, Braga ist hier das einzige Ding, wo wir zwei Teleportsteine haben. Ich weiß gar nicht, wo wir den zweiten gefunden haben. Ich glaub, war das irgendwo in der Ruine? Einen kenn ich bei Bernardo. Hallo? Oho, Bernardo, der verkauft ja auch noch Waffen und sowas. Na komm, mach mich glücklich, mein Freund. Nein, machst du nicht. Das ist ja toll. Du bist ja ein Held. Sklavenhoch können wir uns auch holen, aber unsere Söldnerarmbrust ist noch stärker. Welches Level haben wir eigentlich gerade? 28 erst. Okay, wir wollen nach Benerei gehen. Eigentlich müssen wir dafür ja mal einen anderen Weg nehmen. Einfach nur, um noch andere Viecher zu sehen. So, wie sieht das eigentlich aus, wenn man eine Armbrust nachlädt? Ah ja, kann man sich tatsächlich beim Nachladen der Armbrust bewegen? Ja, kann man. Gut, ich dachte eigentlich, dass das nicht möglich wäre, aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir das schon so hoch geskillt haben. Also, wir haben noch nicht einen Schuss mit Armbrust abgegeben und sind meisterlicher Armbrustschütze. Ich meine, das hat was. Um so eine fette Armbrust zu tragen, sieht doch auch gar nicht schlecht aus. Na, wen haben wir denn da? Ach nee, rechte Maus, das kann man ja nicht ranzoomen. Zum! Okay, da muss ich ein bisschen noch gucken. Also gut, ich glaube, ich schieße zu flach. Oh ja, ich schieße zu flach. Wow, ich rutsche hier runter. Wow, ich rutsche hier runter. Komm, zieh dein zweites Schwert und sag Hallo. Hahaha. Tjoa, ihr Warane. Gefällt mir mit der Armbrust. Das Nachladen dauert zwar doch ein bisschen lange, aber... Ich meine, die hat ordentlich Durchschlagskraft. Aber ich glaube, wir hätten die Leute auch mit dem Bogen platt gemacht. Also so ist es nicht. Snapperkraut. Oh Gott. Bist du da ein räudiger Bastard? Nein, ich will ihn nicht angreifen. Ne, du bist ein normaler Löwe. Okay. Ich will hier weg. Ich kämpfe doch nicht gegen ein Löwenrudel... ...gegen zwei Löwenrudel. Bekämpfen die sich jetzt? Nö. Aber ich kämpfe doch nicht gegen zwei Löwenrudel. Ohne eine gute Rüstung. Da bräuchte man sowas wie eine Mais-Assassin-Rüstung. Hm. Mich wundert es persönlich ja, dass ich den Rüstungsbauplan nicht mehr finde. Also falls Leute das noch nicht gemerkt haben, welche Rüstung ich gesucht habe... ...ich habe die Crawlerplattenrüstung gesucht. Weil die an sich ziemlich gut und günstig ist. Ha. So. Ein einzelner Löwe, den können wir noch erwischen. Oder vielleicht auch nicht, weil ich einfach damit nicht... ...weil ich damit nicht zielen kann. Äh, ja. Irgendwann werden wir ihn schon treffen. Ah, das Ding prallt ja gerade von der Düne ab. Getroffen! Uah! Wann machen die denn hinter mir? Nicht lägen... Uah! Tolle Legspikes. Oh Gott. Ja, der Löwe ist gerade ein bisschen buggy. Davon müssen wir ihn erstmal einfach erlösen. So, jetzt funktioniert doch alles. Du wirst ja auch...